Willkommen in der siebten Folge von Banished Staffel 2 Wir haben ein kleines Problem Ein minimales Was mit dieser Folge fixen wollen Und ich habe irgendwo gesehen Hier kann man ein bisschen schneller die Zeit vorspulen Ich verstehe ja nicht warum das zu lange dauert hier den Stein Von da Wo immer so viel Stein ist Einfach mal hin zu kutschieren Warum dauert es zu lang Wir haben 3 Arbeiter Und da ist hier was erhöht Und hier so Guck mal Klappt das? Macht das was? Macht das was? Ei, es macht was Guckt mal an Und da ist hier dann auch Sofort alles da ne Von Anfang an So da haben wir Zack 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 Fertsch 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 Perfekt Oder die Zeit nur regeln Na komm bis es fertsch ist Äh Und schneller, 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 schneller Und bap 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 und fertig Komm So, so Kräutersammler Das ist hier Ja Auch die Lebensmittelvorräte werden langsam wirklich knapp Im Spätsommer Komm mal, hier werden schon einige Felder geerntet Die werden doch alle geerntet, die Felder. Was habt ihr denn? Und Ich dauere nicht so lange Guck mal, hier Die haben es ganz Ganz, ganz Arm Müssen nämlich hier Ganz weige Wege gehen, bis die an Essen kommen Okay, wo wohnt der? Ja Da Die kriegen langsam schon mehr Kinder Die erwachsen werden Vor allem ja auch hier Können wir ja nicht mehr so einfach sagen Wenn ihr zwei Kinder Hier wird es auch langsam knapp Hier ist nämlich ein Kind Und ihr ist ein Kind Brauchen nämlich auch mehr Felder Was das bedeutet Na hier Äh Arbeiten Ja Haben wir jetzt Richtig, richtig Bockmist gebaut Mal nur eine Arbeiten Ich brauche auch nur eine Arbeiten Ich brauche auch nur eine Arbeiten Und hier los Ich würde das so machen Ich würde das so machen Ja Jetzt ist einer gestorben Ah Schade Schade Wer ist gestorben? Steinmetz Ähm Von der abfallenden Gesteinsbocken erschlagen Ja Ja So läuft das Leider 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 Vor allem ist gar niemand drin Die haben jetzt auch hier ein bisschen was zu essen Ich traue mich jetzt gar nicht ein zweites Haus zu bauen Hm Weil es kostet ja nicht mehr so viel, ne? Ich bin aber trotzdem immer für die Häuser Keine Ahnung warum Keine Ahnung warum Keine Ahnung Mensch 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 Hier in der Innenstadt, ne? Eigentlich hier Warte mal Das hier Äh Stoppen Wie reiße ich das wieder ab? Hier, ne? Genau, Bauwerke Ich möchte euch gerne mit hier ansetzen So 1% Ertrag Das schaffen die nicht hier, guck mal das ist schon Herbst Das schafft man eigentlich gar nicht Jetzt wird es auch schon ein bisschen kalt Wenn es im Herbst Wenn es im Herbst schon kalt wird Heißt das, dass es entweder ein langer Winter wird Oder Ein heißer Sommer Aber wenn der Winter kalt wird, wird der Sommer heiß Darauf kann ich mich jetzt schon mal einstellen Darauf kann ich mich jetzt schon mal einstellen Ich habe jetzt nicht darauf geachtet was für Temperaturen im Sommer waren Hat glaube ich nicht so ein warmer Sommer War ja ein nasser Sommer Wie weit man sich hinten rausbreiten kann Das ist da wegen ganz schön Krass Weil hier unten ist alles Wald Großes Bergmassiv Eigentlich schon einen guten Spot hier gefunden Sehr guten Spot Viele hier rumlaufen, Anna, was zu tun hier, können wir doch auch hier mal wieder so den Lagerplatz hin platzieren, ne, ne auf die Seite, so, ich gucke jetzt waren es die kleine Brücke hier, damit lebe ich hier rüber, kann ich auch schon mal anpeilen, ne Brücke, funktioniert das, ja das funktioniert, kann man hier den Weg so anschließen, aber so kann ich den Weg nicht anschließen, schade, ah da kann man hier wenigstens noch ein paar Häusern auf die Seite bauen, hier passt doch bestimmt auch nochmal so ein Feld hin, müssen jetzt auf jeden Fall anfangen, die ganzen Felder die hier drüben sind, ne, sind ja gut verteilt mitten in der Stadt, aber wir müssen anfangen jetzt hier, weil auch wieder viele geboten sind, hier drüben anfangen Felder zu errichten, dass wir dann im Frühsommer anfangen, im Frühfrühling anfangen dann hier weiter die Felder zu 2, was ist das, 6, ne, da spielen wir nicht mit, 8x8, da spielen wir eher mit, wie viel sind die breit, 8x8, hier geht es schon mal nicht, ist der Berg im Weg, das würde funktionieren, aber da bräuchte mir einen, der hier das Ding abbaut, macht er jetzt bestimmt, bitte, 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 bitte. mach das Ding weg, danke. Schnell noch die 2 Bäume, ja, ich weiß nicht, ob die Priorität dann vollkommen stark erhöht wird, wenn wir das so machen, hm, die Brücke ist jetzt nicht so interessant, das Haus der ist ja wohl schon eher, bis dann nicht mal die ganzen Ressourcen herangeschafft werden, guck mal hier, das Brennholz, das geht hier ja weg wie Zunder, wo hier ganz schön viel drauf ist. der Löschbrunn, wir haben nur einen Löschbrunn, fällt mir grad auf, und der ist da in der Altstadt, ist der, wenn wir hier in der Neustadt, ne, die ja irgendwo hier hinten dann entstehen soll, könnten wir ja auch schon mal vorbereiten, in Brunnen hinzuzimmern, wie zum Beispiel dieser Stelle, ne, oder? ne, 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 da passt der irgendwie nicht hin. da passt der noch irgendwo nicht hin. Hmm. was macht denn der, ja, der Bub? hier ist der 30, was macht der? der sammelt Kräuter oder was? ne was macht denn der auf einmal was geht das so weit weg das kräuter sammler ganz kurz angemerkt da wird er sicher brennwitz holen nee wird auch nicht wo geht der jetzt hin jetzt ist auf einmal beruf für schon gibt es ein beruf wo geht er hin schimpeln vor allem hier ist keine Fischer hier unten zurück bin ich jetzt mal gespannt was der macht doch runter vor allen dingen die gehen jetzt so schräg runter die könnte auch so gehen oder darum haben die entwickler die treppeln gebaut mensch 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 wir haben hier zwei zwei jahres neu hinzugekommen zwei arbeiter wir haben winter essen ist knapp man muss immer mal 100 essen haben also bei 37 3700 aber wir haben 600 also knapp 700 sage ich jetzt mal und da fehlen 3000 ja und wir haben erst winter und das muss noch bis zum sommer reichen weil die feld das ist wahrscheinlich erst im sommer spätsommer gemacht das wird sehr sehr knapp muss ich sagen sehr sehr knapp ich bin schon mal ein bisschen vor ja jetzt fängt sich schon an brennholz vorrede ok brennholz wo ist brennholz da 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 ne 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 hier brennholz noch so ein ding Lebensmittel weißt du hier gleich gleich jetzt auf null beim spätwinter dreizehn siebzehn und ich hatte gerade 13 dann ist siebzehn mehr im winter sieben dreißig wo kommt das essen her neun dreißig vierundvierzig stopp mais mais eins zwei so weiter geht's hola 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 wir haben wieder zwei stück das heißt wir können hier einsetzen einsetzen gut dann hatten wir Küchen jetzt bin ich mal gespannt ich habe jetzt mal was vor zwar im wirtshaus das wirtshaus das kann mir ja mal irgendwo hinsetzen ja passt das hier perfekt ach was mache ich denn dahin pflanzen braucht ein bisschen viel ressourcen aber ich glaube in dieser ecke kommt das sehr gut zur geltung können wir ruhig mal ein bisschen schneller laufen lassen jetzt guck mal jetzt haben sie sogar die große Brücke gebaut perfekt aber guck mal die nutzt trotzdem den Weg hier ein bisschen buggy aber die nutzen ihn perfekt drei normale Arbeiter haben wir hinzubekommen das können wir ja sagen das können wir ja sagen um mehr Nahrung zu bekommen mit Fischerhütte machen die dann noch meine Fischform bin ich mir jetzt unschlüssig was gar nicht mehr wozu die in Stande war hier so mit R passt das hier so ran hier passt das ran das Wurtshaus ne bier aus Kirschen ja weil wir haben nur Kirschen da können wir uns auch ein bisschen was handeln mit der Zeit ich tue mich jetzt schon mal vorarbeiten also mit einer Taverne kann man bier produzieren aus den ganzen ne Weizenbier kennt vielleicht jeder aber die anderen das klingt eher so nach Craftbier das kennt vielleicht auch der eine oder andere vielleicht nehm ich dann auch mal ein bisschen mehr hier warte mal stopp stopp ne ganz und so 15,8 ok naja können wir mal 2 drauf arbeiten geht glaube ich klar so bäm und Kirschen bitte wir haben jetzt Hochsauer und ihr seht jetzt müsste es bald sehr sehr viel hier werden ja das wird jetzt schon ein bisschen mehr die haben jetzt schon ein paar Nahrungsprobleme hier gehts los 2 Häuser die Nahrungsprobleme haben dann können wir gleich mal hier weiter anfangen Felder zu pflanzen äh ja Felder fangen wir mal hier so an 8 8 8 zu 8 das geht dann nicht 8 zu 8 das geht dann auch nicht 8 zu 8 9 9 das wird das mal da können wir ja wenig noch ein Lager hinsetzen hier so Lagerplatz geht grad so dann setzen wir hier noch einen Weg hin bam hier noch einen Weg so spätherbst 1 1 2 1 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 12 3 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 8 9 dann ist es eigentlich problem ist funktionieren also die es soll nur einer arbeiten hervorgehoben jetzt die taverne hat die schon was nix spätwinter da kann man langsam mal sagen ihr seid arbeiten 1 2 3 1 2 3 das mal so machen das klappt es auch so da guckt mal arbeiten noch einer mehr arbeiten noch einer mehr klappt doch alles super langsam mal wieder schauen was unsere kinderproduktion hier macht aber schon zwei neue häuser drei neue häuser vier neue fünf neue häuser die da kommen hier hin ein neues haus zwei drei vier fünf das ist auch ein bisschen vorangeht steinverräter sind fast aufgebraucht ich glaube die müssen langsamer umsetzen 92 prozent verbleiben sie bei 100 leer ist die bei 100 leer oder bei was ist die leer mal die haben jetzt genauungsprobleme ach nee das sind die neuen häuser das sind die neuen neue häuser so guck mal ob ihren handels posten kommt passt das immer so so ist es passen passt fast was sagt man denn mal immer dass wir mal kurz weg macht ein sterbender kräuter sammler ist verhungert ok das ist dann ja ja und weg damit genau das passt hier perfekt so 2 das dort machen wir nicht so schnell hier einer ist noch da der drüben ist weg welcher ganz viele die nach essen schreien ihr könnt doch essen euch abbauen wieder einer gestorben bauer die bau sterben uns weg ach ernten ernten doch schon ach verdammt aber Fehler gemacht die ernten alle schon ja und das weiß ich doch sterben doch nicht so schnell weg jungs sterben doch nicht so schnell weg neun es wird ernst es wird ernst und ich nehme schon wieder viel zu lang auf eigentlich ne wir hatten das ja alles auf ne ne das nicht das auch nicht das und das das ist trotzdem nix ok i have found a bug aber es ist schon eine bunte stadt muss man sagen oder ein buntes örtchen bunte örtlichkeit wie weit sind die hier ach guckt mal anja wie schnell die fertig sind schön bürken es ist frühherbst noch haben wir ja wir haben ja noch hier die arbeiter die rutschen ja danach ne darum sollte man immer ein bisschen was im hinterhalt haben der hinterhand so schaut das dann ja innen aus ne so schaut das dann ja innen aus ne da ist nie alles drin vor allem der wasserteil hier unten warte mal ne hier war er kurz drin ne so oder naja irgendwie nicht na ist ja aber egal der ist jedenfalls jetzt fertig und bam ist ein dach drauf so und jetzt können wir dann in der nächsten folge wahrscheinlich mal schauen was sie dann so abgeht was wir denn hier überhaupt handeln wollen was wollen wir denn hier überhaupt handeln was haben wir denn viel ist ja das problem automatischer einkauf ne guck mal das ist das was man alles handeln kann also haben uns natürlich noch nichts handelt wir können uns hier schon mal ansetzen was wir alles haben und davon brauchen wir alles deswegen aber guck mal was man neues hinzukommen wir haben zwiebeln zwiebeln ganz viel zwiebeln ich bin das nur und nur ich kann es gar nicht einseiten das ist eine bier kleidung kräuter nahrung kohle werkzeuge bestimmt irgendwas hier keine ahnung gut machen wir mal einen erst mal das war's von mir und wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn es wieder heißt spanish double zwei tschau tschau kohle 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 kohle